ja und mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt play so was mein spaß ultimate ja wenn man ein paar mehrere dinger hier hoch lädt auf diesen kanal dann kommt man ein bisschen durcheinander tschuldigung ja wir spielen mal rio oder rio genannt wird so zwei dinger brauche ich noch irgendwann da brauche ich nicht brauche noch ein bisschen mehr okay ich will mal ganz kurz meine geister ein bisschen stärken und zwar mit stärken meine ich wohl wie einmal wir haben ja ein paar den haben wir schon glaube ich den weiß ich nicht den aber auf jeden fall noch nicht natürlich im bauch der 99 gemacht und jetzt war es ein schein die bau sah los curry super packt mich doch nicht immer wieder hier unten in so wie haben wir glaube ich ich weiß nicht ob wir das wie ich haben noch alles haben wir noch nicht glaube ich jetzt immer so die frage haben wir die oder haben wir noch nicht wenn wir zu guten lagern hat es den hand war schon anscheinend ich sehe nirgendwo neu naja mein ex wird so volle rüstung super rüstung oder das vielleicht nicht schlecht dann haben wir noch die beiden typen mehr oder typen denn keine ahnung domböck jahre schienen unigashima kuren ausdauer hoch mal was für ein ausdauers mensch cool mit dem wolf mit link als wolf wolf link und mit einer sprint angriff super super kam es ok series weiß so series im feiern geben ich weiß jetzt nicht aus welchen aus irgendeinem sehr alten doch ein haben wir baby mario super stern sie mehr aus wie cape aber okay so nick ich habe ja auch schon ja schaden ja dann war schon er wird so junger link link between worlds naja genau aus dem spiel habe ich schon gewundert sie hat man glaube ich schon sie haben war immer glaube ich noch nicht weil sich das selder der wind waker naja wir haben auch schon dreck dann war ich mir bei denen mir nicht sicher bin machen wir den auch noch ich glaube ich habe auch schon reisen fresse und das ding haben wir auch schon was soll es ja ja wir knüpfen uns den landmeister vor und habe ich dann hier ausgröße nachher die grauen sind gegen gar nichts anfällig oder schwach hallo kind ja geil dann schon mal gut an ich glaube ich denke nicht man so jucken so jucken ach komm das hat zwei sterne mein gott stelle ich mir nicht so an natürlich gut wenn wir diese ultras doppel chance bekommen weil rio hat ja zwei ultras match ganz einmal seinen fernkampf und seinen kampf ultras menschen einsetzen hat mir auch geil megaman voll natt ok gott kenne ich daraus geistertafel doch mal her noch mal her will ich nach oben kicken genauso möchte eben so das ding macht ja voll schaden diese decke wenn man dagegen getroffen wird der tat gefangen das hat ja hier habe ich natürlich aktiviert ich wollte nicht hauen mann da bin ich so lücken so jucken ich krieg sie natürlich wieder nicht raus die müssen irgendwie über 100 haben oder so dann fliegen sie da raus naja so wie du sehr gut weil er mal gar nicht cool wahrscheinlich sind nicht irgendwie so geister gibt die einen irgendwie die lernjubel auf rate erhöhen das wäre doch mal geil so great riesen king k.a.o.l. so außer aus mensch dafür ist der rio wie geschaffen oder kreate ist nicht so irgendwie der besuch von die turtles komm nicht näher ganz vergessen da kommt gar nicht näher ok macht der da da hast du super rüstung nähe da guck ich einfach zu dir ich halte mich halt ich jeden schlag genau da bin ich so sehr viel mehr schaden als normale ja toll bringt jetzt voll aber ja während des angriffs geheilt sehr gut können also ewig weitermachen komme ich heute gegen die wandte um den euch hier noch mal dagegen gut aktivitätsleiter ja von dem will ich ganz sicher irgendwann lernen mit diesem monster hat was ich verzeihen soll wir haben dort und panzer ich will ich mich mit dem weg sind so unterhalten angriff abwehr lauftempo und sprung aber das ist eigentlich nicht schlecht aber immer so nerviger muss ich jedes mal hier nach bei dem yoga spitzer seit wenn es gegner ist stärker das gegner co scheint verstärkungen okay wenn man sich auch was ich zu tun habe jetzt gibt es die ganze zeit eine rolle ein was wir bis ich kommen mein fuß gegen die fresse schulken dazu sitzen seitwärts dingen ein ja jetzt jetzt so gerne so juckend so juckend da ist jetzt meins stehe von auf schwert haben krieger benutzen schwerter ich bin krieger hast du lachen mit der wandern der krieger geil haben wir schon wieder bis jetzt ist es noch einfach sehr gut ich mag es wenn es einfach anfängt da wäre man glaube ich alles okay außer da ich glaube da war irgendetwas nerviges wenn man hier oder ja zurück zum eingang okay und die bau mal da rein geheiligte lande der verband den hat super ist so wir machen wir das leben schwer und ich soll auf zeit auch noch wenn man so ein ähnlichen kampf nicht gegen den also ein ähnlichen kampf hat man auch diese insel hat er auch nichts gemacht muss man einfach so schnell wie möglich erledigen weil das war ja richtig einfach heule wenn die weisheit eulen sie sollen sich auf einen weg leiten was für eine weisheit sagt mir der weisheit mit allen eulen reden einfach da wird dunkel aus na weil das war ja mal im 1 glaube ich aus ausmacht schon wieder so you can so wir können mit seiner bekannten show you can er war zwar gegen das da habe ich ein autogramm haben show you can rio kannst du mal fünf neues light show you can wer klappt irgendwie auf deutsch ich kann aber auch 5 bucks show you can thanks money ich wollte mich am typisch street fighter am angriff perfekt geploppt und dann zurückgeschlagen wie ein pro genau wir haben erst 30 minuten wir haben wie viele leute jetzt schon erledigt geil beweg zum mut weist die ein mädchen welches ihre freunde hat okay kitty und katja nebel ich brauche nicht sehen auch nicht sehen um dir weh zu tun ich treffe die nicht nicht zu klein in die fresse getreten jetzt habe ich so getroffen wir können wo ist sie so you can komm her man wird so eigentlich so you can weg ist man heute nur ein show you can im nebel ost süd dann sieht erneut schreit ihm war denn keine auge erblickt und so von mir mimik war schwerer faden für dich oder bestimmt pokémon ok habe ich erst die hälfte dieses mod abgeschlossen das wäre es jetzt natürlich und dann halte ich immer wieder hoch ja ich verstehe und irgendwie weil man 100 prozent oder so hat natürlich ein hat sich sofort jetzt habe ich mit zeldas ultimate hause und über 100 schaden hat und man fällt in die ultimate rennen ist man sofort tot das bei dem wie ich auch so deswegen schwerer schaden das spiel wollte mich austricksen funktioniert aber nicht hohe geister punkte geil noch mal habe ich schon gewundert warum kann man die truhe noch mal angucken sehr geil deswegen guckt man überall zwei mal nach und damit so eine rote aura alter in die fresse juzische nationallinde genau dann dreht ihr aber auch voll durch irgendwie komme ich an ihn daran jetzt so lange reichweite dieser pisser das habe ich das einmal geschafft hatte der macht mir aber auch hier gerade zu schaffen manche auf die gemacht aus mit seinem blöden start das schafft er noch und schon hat ein bönen stab auf auf die karte natürlich mit starb abgeworfen land auf den volle möhre weg ja okay na ja man freistellt so schwieriger werden wir haben das gefühl wisten 129 30 schon hier geholt es mehr halber schwerer schadenfalle also nur wie beide beide man natürlich wenn sie angreift ist gerade denken aktiviert ich muss sie noch einmal treffen ich wollte die graben und dann nach hinten werfen ja schon ja helfer trophiek hätten und haben wir dich noch ne silvia holen wir dich vielleicht nicht ja ich muss ja vier stelle auch machen aber extra extra gibt mir die creepypasta und sich fragen vom wort ist rechts mein gott sieht ja echt aus vom fahrer rucksack einmal nicht auf die voraussetzungen kampf da kommen wo ich habe eine idee und wie die mir schon hier hinterher gehen das muss ich mir extra hier für den dingen wieder aussuchen warum jetzt mache ich mich fertig es brennt der bodenvorsacht schweren schaden aber jetzt muss ich wieder jetzt noch umdrehen ich drehe mich einfach umgebe ich auch meinen fuß irgendwie weil dieser angriff sieht irgendwie nicht aus weil würde irgendwie wehtun so geht immer ein bisschen mehr auf abstand klug wäre es jetzt jetzt gekontert also wir halten ja voll viel aus echt gerade das war jetzt nicht ich wenn wir meinen konfort jetzt gerade nicht machen wir so über weiter nach rechts gegangen was soll hat naja die freizeit also schon gewohnt aber war ich auf einmal ich habe irgendwie nicht in die richtung gelenkt dann habe ich mich auf einmal gesehen ich bin da ganz rechts und ich habe mich auf einmal gesehen ist nicht so nervig aber in den spiel viele leute meinen irgendwie nicht viel aber einige leute meinen irgendwie die computer gesteuerten gegner sind in wie leichter oder zu leicht einige sagen die sind zu schwer also weiß irgendwie nicht auf platzieren hören soll es da euro kippt schon wieder neben ja okay wir sind ja in der nebel welt sag ich mal gott aber er ist jetzt der hauptgegner der ja so wir können hier ein habe ich ausgehauen sehr gut hat er nur gesehen mein name fliegt irgendwie ganz bei der runden leute ich erledige komme er habe gott ich hatte nicht das zu klein man sieht einfach nur im nebel wie er ausholt so farb ist ich komme gar nicht vorbei schick maske da kann ich nicht rein tiny kommen sturmwahlung da muss ich ja mal ausrüsten ja sogar effektiv bleiben länger in der luft und sagen wir nicht die ganze zeit von mir weg weit weg ist auch auf mich los ok jetzt kommen jetzt sind sie weg die fresse ist nicht gut ausgezeichnet muss erst einmal schulken schlagen wenn du mich besiegen willst das auch noch ein kämpfer muss dieses ding kaputt machen baumstamm wird übrigens nicht was schlägt 12 lohr war sofort ausgehen also der typ ist irgendwie weiß ich nicht rot oder so ich muss jetzt was grünes oder so nehmen oder was weiß ich der flieger stelle ich schon aus ich muss meine blätter einsetzen ich kann nicht meinen rettungsruf einsetzen gut ich würde den eigenen kämpfer nur gerne kriegen aber ich glaube das habe ich nicht mehr in diesem part da ist noch irgendwas heftiges glaube ich bin die ganzen neuen links waren voll viele meister l das luigi der mit elf verwandt ist aus dem not ja aus irgendeinem grund wie eine klamotten land warum okay können gerne so weitermann du schießt die dinge auf mich ich mache den hier das ist irgendwie gruselig wie oft ich mit diesen angriff der letzte moment wo man einfach nur sieht wie rio wie der knarre schießt hat sie sieht irgendwie und natürlich aus der schule ich muss wahrscheinlich mit allen euren reden oder irgendwie sowas ne ost süd dann aus den neuesten ost süd dann sieht erneut ost süd halt da war hat er hat gesehen da war irgendwas ost süd und da waren feiner unten hey boah halt doch mal an aus süd dann sieht erneut ost süd da seht ihr da war was und das ist noch eine eule na gott ok nord west nord dann stets nach neuen weiter nord west nord 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 west nord 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 kann ich richtig sein nord west nord nord oder von hier muss ich dann hat brauche im nord west nord ich sehe auch so schmetterling und also was hier war also komme ich zum anderen kämpfer ne seht ihr da die oder kann dem fallen solche sachen auf und von vielen rollen spielen halt man hat jeden winkel erkundet wauer ich will nicht folgen muss natürlich wieder belinda dabei sein irgendwie werden alle kämpfe irgendwie schwieriger wenn belinda irgendwie daran beteiligt ist die fresse in die fresse wird die ganze zeit mein tritt zum glück war ich gerade der luft nehme ich an naja nimm das baum also baum weil ich mal ein zweig was weiß ich wenn man hat aus dem boden nimmt ja ich habe angst sonst hier runterfalten ich glaube die baut mir ein haus warte bis ich wo irgendjemand gegen die fresse der junger link war zu brutal für es für youtube und fast sagen für das deutsche fernsehen aber kommt und komme ja wo war 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 man weiß ja nicht ob hier so ein blöds viech herum kommt ja genau das piech in die fresse aber gut hatten wir sogar noch gar nicht sehr gut wenn ich mit meiner ultimate im nebel getroffene einfach nur so schrei des terrors gehört sondern wir kriegen noch den kämpfer in diesem part gut sehr schön es ist junger link sehr cool was ich mal sehen ich müsste doch eigentlich nein ich fehlt ein einziger dann kann ich das holen hier kriegte näher pass auf wir machen wir einfach dieses kind hier platt also müssen wir vielleicht doch alle kämpfe hier kriegen ich sagte immer schwieriger der bombe getreten natürlich wieder nicht ja genau ja damit ja gott nein das gibt es jetzt nicht wieso kriegten den hier nicht wieder getroffen das gibt es jetzt nicht mehr war die franzer werden tut einen angriff gemacht hast da kriegt ja ich noch war auf mich zu greifen und einfach nur näher da muss man jetzt mit seiner ultimate treffen und dann ist vorbei ausgerutscht so sehr gut nein das gibt es jetzt nicht naja ich habe gerade luft ausweichen gemacht glaube ich habe nicht raus junge junge fliegst du mal aus dann ist mir wieder schweger also gleich sein muss so jetzt kann ich mir diese eine doppel ultimate holen ja da ist ein trifos ein stück von dem trifos so dann holen wir uns mal den er doppel ultra smash jetzt lässt sich den ultra smash stets doppelt ausführen das ist doch mal richtig geil hier mal wieder leute zum wenn man ein paar leute hier auf level 99 gemacht aber noch hier war sowieso schon ewig lang also wenn man mal ein paar vier sterne typen auf 99 gut warum haben noch was gekauft werden kann sowie lernen und dann war es dann auch wieder für diese folge du willst mir echt den anderen es ist papa wir müssen das papa irgendwie so ein ding und immer hat sein soll okay da kommt irgendeiner wird auch hier lernen wir werden zu verkaufen haben du sowieso nicht mehr du kannst irgendwie schon lange nichts mehr für mich wenn ich sagen ich bin debattier wir gehen noch mal kurz ins menü ins hauptmenü um zu gucken ob ich ein wort freigeschaltet habe manche war bezweifle doch ticket spiel sämtliche geister aktivitäten frei ok das heißt wir haben schon mal alle dojos freigeschaltet mehr aktivitäten ne dojos im dojo noch freigeschaltet keine ahnung jeweils haben heute reicht wenn ich gut und wir sehen uns an in der nächsten folge wieder ciao